so hallo ihr lieben wir sind beim zweiten teil vom oliver pocher interview läuft auf rtl ich versuche immer noch den original link einzufügen haben wir zum ersten rutsch gar nicht gefunden aber ja muss da irgendwo sein genau ja morgen kommt dann auch wieder normale normales thema hier aber scheint ja auch so viel zu interessieren hier habt ihr meinen youtube-kanal zum brennen gebracht ja gehen wir mal rein würde ich sagen das ist doch alles so beschissen gewesen jetzt ist er doch so wie es ist jetzt kann sie doch irgendwie das sind die ganzen elf meter jetzt und den werde ich verwandeln und jetzt auf tour und auch online und so habe ich einiges zu erzählen und das mache ich das ist eine professionelle art damit umzugehen die die private art ist die dass du im moment welche absprache man was hat natürlich jetzt dass er da viele witze darüber machen wird und es wird bestimmt nicht leicht für die amyra muss man jetzt auch sagen dass natürlich ausschlachten vermute ich mal vor allem so lange noch so wütend ist ja vielleicht auch nicht so schön mit einer noch frau trifft wie wie regelt ihr die kinder wie sie schreibt ihr whatsapps sprechen wir versuchen uns miteinander kontakt zu haben so weit das möglich ist ich bin da sehr professionell und abgeklärt frauen sind da meistens komischerweise emotionaler was ich nicht nachvollziehen kann weil ich meine sehr doch alles sie wollte doch die beziehung beenden das ist doch alles so beschissen gewesen jetzt ist es doch so wie es ist jetzt kann sie doch irgendwie jeden tag irgendwie sich einen glücklichen spruch morgens anhören also wunderbar warum soll ich das mein mein humor also finde ich ja echt irgendwie auch wirklich witzig mit den eigentlich sonst auch nicht so witzig aber das ist echt naja ich auch ein bisschen galgenhumor ja aber da kann ich ihn auch fühlen das tatsächlich so wenn man das kenne ich teilweise auch man hat das gefühl der andere hat die beziehung zerstört und anstatt dass er dann nett ist ist obendrein noch sauer und gnastig und will dann noch macht das leben noch schwer obendrein erscheint scheint er hier so wahrzunehmen das ist natürlich war das ist richtig das faktor anrichtig abne der doofen sein also red doch noch mal mit mir aber es wird eine gewisse wut auf mich kanalisiert für die ich ja wie gesagt ich kann der beziehung nicht kann nur sagen dass es in vielen auch gerade schwierigen beziehungen das häufig klären sagen dass sie dann sagen ja also ich meine ich habe war ja eigentlich der nettere in der beziehung ob das jetzt hier so ist weiß ich nicht und das geht dann irgendwo auseinander und dann kriegt man noch obwohl wie gesagt der ex vielleicht die beziehung zu fall gebracht hat kriegt man noch wut ab obendrein also gerade vielleicht auch manchmal wenn man selber die beziehung beendet hat weil es einfach nicht mehr zu ertragen war kriegt man auch die wut ab dass man diese grenzen gesetzt hat also vielleicht auch gesunde grenzen und wird dann dafür auch noch fertig gemacht aber wie gesagt so viel so viel einblick kann man natürlich nicht in der beziehung aber klar wenn man jetzt denkt was er ja denkt sie ist irgendwie fremdgegangen oder hat gelogen und dann denkt man vielleicht naja das kannst du ja wenigstens noch besonders nett verhalten in der trennung scheint nicht so zu laufen und wirkt ja wirft natürlich auch sondern nicht so ein schönes licht auf der beziehung irgendwie nicht nachvollziehen kann ich kann mich rund um die kinder sehr professionell gibt ja so einen spruch wenn die trennung total konstruktiv und lieb verläuft dann hast du dich von einer falschen frau getrennt ja aber das scheint ja nicht der fall zu sein verhalten das habe ich auch immer so gemacht auch bei meinen anderen kindern ich würde nie ein negatives wort im rahmen der kinder oder um die kinder herum verlieren darüber hinaus kann ich für nichts garantieren der glückliche spruch ja also man merkt noch mehr als im ersten teil seine wut und man ich hoffe er hackt jetzt nicht so viel auf ihr rum muss ich schon sagen ja mit dem nicht schlecht über den partner reden vor den kindern ist auch mal so ein frommer wunsch scheint vielen schwer zu fallen ob das jetzt frauen oder männern schwerer fällt weiß ich nicht wie mir keine zahlen zuvor ich weiß aber auch von vielen männern dass sich darüber beschweren dass die frau nicht nur einen besseren zugang hat zu den kindern sondern auch noch obendrein schlecht über die väter redet aber wie gesagt dafür zahlen morgen bezieht sich auf den mann mit dem sie angeblich was hat den mann hat sie kennengelernt auf einem flug hat sie im podcast erzählt auf einem flug nach bali hat ihnen eingeladen und bei reden ja auch ganz fröhlich miteinander ich versuche mir mal so deren beziehung vorzustellen ja flichtbar eben nach bali und war und halal die voltfee und die hatten schon echt ein luxus leben haben ja auch diverse red pillar meinen kommentaren geschrieben das natürlich ein fest für die red pillar ja es war ollie nicht gut genug und die jetzt geht es ein schritt höher auf der leiter obwohl er jetzt höher ja wie definiert man das aber ja das ist wie gesagt diese ganze geschichte ist wieder so wasser auf die mühlen der red pillar dass man ausgetauscht wird als man und wenn es nicht höheres target gibt wie gesagt aber es muss ja kein objektiv höheres target sein sondern nur aus sicht der frau ja aber vor allen dingen haben wir doch wieder diese vier jahres geschichte hat auch jemand geschrieben das wusste ich gar nicht dass so alle seine sachen vier jahre gedauert hat gedauert haben ist wirklich genau was die evolutionsbiologie sagt ist einfach manchmal gruselig wie das alles repliziert wird podcast lief da hattest du aber ja irgendwie keine ahnung dass da möglicherweise was laufen könnte im nachgang ist man dann immer ein bisschen schlauer ich sag es ist dieser six cents moment also wenn ich irgendetwas mehr zu interessiert dann schaut gerne rein in mein neues buch feuer und flamme da sind auch diese ganzen forschungsergebnisse drin zur männlich weiblichen polarität wo du guckst am ende sowas und denkst ach mensch bruce will das war die ganze zeit tot also ich mache mir ja auch nicht blöd also so wie die situation gelaufen ist hätte ich ja immer gesagt so wie wenn sich eine frau mit so einem tempo so plötzlich in irgendeiner weise von einem abwendet und du machen kannst was du willst dann sagt ja jeder das macht ihn nur wenn ihn anderen hat so die ganze zeit habe ich geglaubt irgendwie dass es oder das ist dadurch so extrem beschleunigt wurde ich habe immer gedacht ja gut vielleicht halt nicht es wurde ja auch immer aber diesem sechsten sind ja das kennen wahrscheinlich die meisten sich mal getrennt haben dass man irgendwie spürt ja irgendwas stimmt nicht abgestritten bis heute aber gut irgendwann ist die wird die beweislast relativ groß und dann ist es mir auch scheißegal wann wie zu welchem zeitpunkt was passiert ist dann ist einfach auch ein vertrauensverhältnis beendet und dann wird es schwer das wieder aufzubauen ich meine wir haben eben ja drüben schon darüber gesprochen die beiden haben ja sogar gegen gemeinsames anwaltliches schreiben aufgesetzt in dem steht wir haben keine beziehung wir haben keine liebesbeziehung es gibt keine sexuellen kontakte steht aber da würde ich mich danach von distanzieren ja wie ich schon im letzten video gesagt habe vermeintliche fremdgehen ist eine sache was die beziehung hoffe ich vielmehr zerstört ist eben unwahrheit ne genau ich aber nicht ich würde es aussprechen okay weil ich so eine reine seele habe bock auf ein podcast mal sehen vielleicht wenn das so schlachfertig aber das geht schneller als du denkst also meine frage war aber hast du sie eigentlich jemals selber danach gefragt du hast ja selbst verstehe ich bin ja nicht blöd also diese fragen kann ich nicht nachvollziehen er redet doch mal und warum habt ihr nicht geredet ja das werden sie wohl gemacht haben also klar fragt man natürlich fragt man ist da was gibt es da jemanden sag es wird ja immer verneint so aber wenn man nun eigentlich die beziehung hat die ja eigentlich auch auf vertrauen basieren sollte das war das erste was ich gesagt habe warum also was führt dazu ihr nicht zu glauben ja irgendwann wird ja eine beweislast immer größer und eine situation wie sie einfach stattgefunden hat und letztendlich ist eine situation dann so eskaliert also ich meine es gab ja die aufzeichnung rund um wer wird millionär wo wir noch beim promis special gewesen sind und am wochenende habe ich eine anfrage gehabt hier für eine rtl show eine reise nach sri lanka zu machen für die geo show wo ich gefragt habe ob man das irgendwie verschieben kann oder ob das so wichtig ist weil ich wusste dass sie irgendwie nach österreich fliegt naja gut und sie war ja vorher schon bei ihm da in dem in dem in diesem podcast in diesem youtube ding und sowas seit und dann guckst du einfach einen tourplan an und sie ist irgendwie freitags wien samstags wien graz sonntags wien und irgendwann denkst du dir alles klar also wie mal verarschen muss ich mich ja dann selber auch nicht ja gut das ist was ich auch mal sage in meinen videos und mein klären schlechtes borggefühl reicht eigentlich schon man braucht keine beweise und das sind natürlich jetzt auch sagen juristisch keine beweise können natürlich zufälle sein aber ja für dich genauso sehen wenn sich solche sachen so häufen dann ja zählt man eben eins und eins zusammen und denkt sich seins dabei es wird ja auch nicht das einzige gewesen sein naja und du wusstest dass sie genau immer dann in diesen städten ist naja das ist jetzt sind jetzt zufälle es kann sie abstreiten wie sie will irgendwann ist dann irgendwann kommen auch im nachgang kommen natürlich situation wurde denkst okay warum sollte auf einmal ostern nicht mehr zu den eltern warum ist wenn ich irgendwie da auftauche in ja wie gesagt das kann man jetzt können zufälle sein nur ja irgendwann muss man natürlich mal drauf reagieren wenn es dann zu merkwürdig wird um gesagt er merkt ja auch den emotionalen rückzug und familienfeste werden nicht mehr gefeiert das ist natürlich alarmstufe rot wie gesagt ganz unabhängig ob der jetzt jemand ist wer es ist oder auch nicht in kreta als sie mein mom your dad gedreht hat warum irgendwie sollte ich mich sofort wieder verpissen warum ist man so emotionslos warum kann man mit ihr nicht mehr reden warum bist du die ganze zeit am handy warum krieg hast du die ganze zeit wie so ein verliebter dini ist leider was hier abläuft ist leider totaler normablauf in so messi beziehungen wo es eventuell fremd flirten fremd gehen whatever gibt das handy was gesperrt wird das handy was in meiner hand ist das handy das immer mit auf dem toilette ist genau aus dümmliche grinsen kichern also leider das gleiche schicksal aber ist ja auch nicht weiter verwunderlich wie jeder fällt wald und wiesen gibt es antworten und das reicht mir auch wann wie wo ich habe jetzt kein video mit bewegt bildern also wenn es einer hat kann mir gerne direkt nachricht schicken gucke ich mir gerne noch mal an aber irgendwie auch moralisch muss ich auch sagen von bion ist das ja auch eine relativ mittelmäßige nummer wenn du halt einfach eine frau hast die irgendwie ein krankes kind hat und so eine geburt hinter dir hast und ich habe das mit meinen kindern erlebt auch bei zwillingen irgendwie so schwieriger hatten und wenn du es dann nicht schaffst eine libido im griff zu haben aber jeden tag irgendwie lustig den glücks keks machst auf der bühne dann bist du halt voll mit scheiße also ja wir wissen ja nicht ob da jetzt was war also jetzt offensichtlich total sagt er ja auch total verletzt und ja wie gesagt das ist eine sache die mich auch immer quält bei leuten in der öffentlichkeit ich kenne den menschen nicht und aber trotzdem das ist bei vielen und ich erkenne ja auch viele blicke hinter die kulissen und dass da bei vielen ist wie soll ich mal sagen dass da was sie predigen und was der alltag ist dass das überhaupt nicht übereinstimmt das ist mir auf jeden fall auch schon aufgefallen und aber scheinbar stört das ja sonst keinen ja weiß ich auch nicht ich denn sagen der typ ist ist also ich meine ist ja ein quacksalber also guck dir an was er erzählt also wenn ich mit dem programm auf bühne gehen würde und würde sagen kennst du kennst du kennst du wenn ich sagen habe ich schon mal gehört ich weiß nicht ob sie es wussten aber das ist ja alles geklaute kacke das ist ja gequirlter mist also funktioniert die welt halt nicht ja gut aber so ist unterhaltung normalen das ist keiner erfindet das rad neu er denkt sich seine gags auch nicht selber aus viele vermutlich mal wenn er eine show hat klar erst jetzt verletzt aber gut bringt natürlich auch nicht viel da jetzt noch so nachzutreten er muss ihn ja nicht mögen überhaupt nicht aber ja gott er hat eine show die leute kaufen dass das gefällt ihnen scheinbar ja deshalb wie es ist also jemand der halt sagt irgendwie also diese negativen nachrichten schau einfach keine nachrichten mehr wow das ist genau wenn du schulden hast mach einfach den briefkasten nicht mehr ja das ist genau meine kritik an vielen spirituellen sachen die sind teilweise wirklich so dümmlich und und flach und ja weiß ich nicht wenn irgendwas blödes passiert ja das hast du selber manifestiert du blödi ich mag ihn wirklich so gar nicht aber das heißt natürlich überhaupt nichts weil ich mit diesen blümchen diesen miem sachen und diesen so dick aufgetragen kann ich persönlich gar nichts ausfallen aber ich weiß dass es ganz vielen gefällt also dass es okay ist ich meine er hat super viel erfolg damit da wird er wo irgendwas richtig machen muss man die aussagen dann sind zwar im moment die schulden weg aber das macht die nachrichten auch nicht besser das ist halt so so ein unfassbarer bullshit aber es gibt ja halt eine gewisse form von menschen die es anspricht die dann meinen durch sowas seelenheit zu finden wenn einer anfängt über mindset zu sprechen und schokolade für 30 euro verkauft oder die ein online seminar für 180 euro dann müssen alarmglocken angehen dass das amira nicht erkannt hat tut mir leid aber jetzt muss man das einfach mal öffentlich erwähnen und das ist ja ein betrüger das finde ich echt zu viel muss ich sagen also weiß nicht wenn den leuten das hilft was er da anbietet dann ist das auch wenn denen das gut tut dann ist doch alles wunderbar irgendwie ich meine predigt keine weiß nicht die leute glücksspiel machen sollen oder was noch so alles gibt also insofern muss man kirche auch mal im lassen muss er mir nicht gefallen aber ich meine weiß jetzt zu sagen er ist ein betrüger also das also ich finde da hat er sich jetzt echt gerade überhaupt nicht im griff und das finde ich überhaupt nicht gut das muss ich ganz ehrlich sagen dass das geht echt zu weit und dass er immer vor die kamera wollte ist ja auch klar wir haben das archiv hier voll also wer so irgendwie bei dsds rumläuft und dann irgendwann mal sagt ich glaube mit der kleineren nase und den haaren die bisschen besser nochmal verpflanzt sind kann ich auch besser ankommen wunderbar go for it ok das habe ich nicht verstanden wer weiß was er damit meint weiter mal bei dsds gerne mal in die kommentare schreiben da aber gut das ganze hat auf jeden fall geschmäckle irgendwie und weiß ich nicht wenn leute zu sehr an die öffentlichkeit wollen manchmal aber gut ich will jetzt auch nicht darüber urteilen dass was ich immer wieder interessant finde es ist letzten endes gehen promi ähnlich groß anders auseinander als normale man kriegt das oft einfach nicht gut hin er hat natürlich mehr möglichkeiten nachzutreten aber ich glaube sollte sich da irgendwann mal wieder reinholen ich fand die müssen immer noch zusammen als eltern funktionieren und da muss man sie natürlich auch muss man irgendwann über seine wut mal rüber und das leben mal weitergeht weil man kann auch nach einer trennung noch recht total viel kaputt machen das sollte er vielleicht bedenken ja was denkt ihr dazu wenn ihr meine arbeit noch nicht kennt kommen ja gerade so viele neue abonnenten gucken wir auf liebeschip.de vorbei ganz viel material rund um dating beziehung und liebe oder schaut in eins von man vier büchern rein und wir sehen uns bald wieder und lasst mir gerne ein abo da ist immer eine schöne wertschätzung oder auch ein daumen hoch oder manchmal auch ein daumen runter hilft alles meinem kanal vielen dank